Tagesdosis Ein hirntoter Moloch namens NATO Ein Kommentar von Matthias Brackers Weil aktuelle Umfrageergebnisse stets mit Vorsicht zu genießen sind, nehmen wir zuerst eines aus der Vergangenheit. 2015 sagten 58% im Lande, dass Deutschland im Falle eines ernsthaften militärischen Konflikts zwischen Russland und einem benachbarten NATO-Land dem Verbündeten nicht militärisch zur Hilfe kommen sollte. Auch in anderen Ländern war die Bereitschaft, der in Artikel 5 des NATO-Vertrags festgelegten Beistandsverpflichtung nachzukommen, nicht sehr hoch. Nirgends jedoch war die Skepsis gegenüber der NATO stärker als in Deutschland. Dieser Vertrauensverlust hat gute Gründe, und die sind weniger in der Seele des deutschen Michels zu suchen, als in der Wandlung der NATO von einem Verteidigungsbündnis im Kalten Krieg zu einer internationalen Eingreiftruppe. Der völkerrechtswidrige Angriff auf Jugoslawien 1999, dem die rot-grüne Bundesregierung mit der Beschwörung des Hitlergespensts Legitimität verschaffen wollte, muss als Beginn dieses Wandels festgehalten werden. Und wer das Ergebnis dieser Befreiung des Kosovo heute besichtigt, und kaum mehr als einen gigantischen US-Militärstützpunkt und einen Mafiastaat mit Drogenhandel vorfindet, muss sich eigentlich nicht wundern, dass es mit dem Ansehen der NATO nicht mehr so weit her ist. Es geht in diesem Verein nicht um Demokratie-Freiheit-Menschenrechte, sondern um Macht- und Geschäftsinteressen, was die Vereinigten Staaten nach dem Jugoslawien-Krieg auch freimütig bekundeten. Es sei darum gegangen, das strategische Versäumnis Eisenhowers am Ende des Zweiten Weltkriegs zu korrigieren, einen US-Stützpunkt zur Kontrolle Osteuropas einzurichten. Diese Korrektur wurde seitdem mit der NATO-Expansion in viele weitere osteuropäische Länder fortgesetzt und ist in der Ukraine noch in Arbeit. Dass die Deutschen 2015 mehrheitlich nicht mehr bereit waren, diesem aggressiven Verteidigungsbündnis Beistand zu leisten, hat deshalb auch weniger mit einem Mangel an Hilfsbereitschaft oder einem Übermaß an Feigheit zu tun, als mit einer realistischen Einschätzung der Lage. Eine Erhebung zu der Frage, ob man die NATO nicht auflösen und in ein Militärbündnis unter Einbeziehung Russlands und Chinas verwandeln sollte, wäre vermutlich absolut mehrheitsfähig. Zumal die Sympathiewerte für das nordatlantische Vertrauensbündnis seitdem weiter gesunken sind. Zwar sind immer noch zwei Drittel der Deutschen dafür, in der NATO zu verbleiben. In Frankreich, England und allen anderen EU-Staaten ist die Zustimmung hingegen deutlich zurückgegangen. Und sie wird auch nicht steigen, wenn die NATO sich jetzt am größten US-Manöver in Europa seit 25 Jahren beteiligt, bei dem unter dem Namen US Defender Europe 2020 im Baltikum in Polen und in Georgien geübt werden soll, wie man möglichst schnell Truppen und schweres Gerät über den Atlantik und durch Europa an die russische Grenze verlegt. Mit der Übung, so bekundete die Bundeswehr, Zitat, geben die USA ein deutliches Bekenntnis zur Sicherheit Europas. Zitat Ende. Dass diese Sicherheit aus dem Osten, aus Russland bedroht würde, ist das zentrale Feindbild und Narrativ, mit dem die NATO ihre Existenz und ihr ständig wachsendes Budget rechtfertigt, das mittlerweile 1.000 Milliarden, eine Billion Euro per anno beträgt. Dass der französische Präsident Macron diesen Moloch unlängst als Hirntod bezeichnet, kam bei einigen NATO-Mitgliedern zwar nicht gut an, trifft aber auf das im Kalten Krieg gegründete Bündnis sehr wohl zu. Der Feind im Osten, ein aggressives Russland, ist in die DNA der NATO einprogrammiert. Ohne ihn bricht ihr Geschäftsmodell sofort zusammen. Weshalb der Feind permanent beschworen und halluziniert werden muss, auch wenn er gar nicht vorhanden ist, oder gar Abrüstungs- und Friedensverhandlungen anbietet. Die sind ein rotes Tuch für den Moloch, da sie Umsatzeinbußen bedeuten. Sicherheit und Frieden sind für ihn nur mit immer mehr Waffen zu erreichen. Vor 59 Jahren, im Januar 1961, sprach der US-Präsident Eisenhower in seiner Abschiedsrede von diesem Moloch, den er den militärisch-industriellen Komplex nannte. Zitat Eisenhower war ein Militär durch und durch, und alles andere als ein Piecenic. Wie real der Moloch war, vor dem er warnte, sehen wir mehr als ein halbes Jahrhundert später. 900 Milliarden Dollar allein in Amerika müssen ihm pro Jahr zum Opfer gebracht werden, 50 Milliarden in Deutschland. Und er verlangt mehr und mehr. Und weil er immer mehr Geld und immer mehr Macht bekam, hat der Moloch des militärisch-industriellen Komplexes auch Politik und Medien unterwandert. Was eine wirklich kenntnisreiche Bürgerschaft erfolgreich verhindert, weil ihr die Vietkong-Taliban-Saddam-Putin-Schurken permanent als Megabedrohung vorgeführt werden. Nur dieser permanente Alarmismus hält den Moloch am Leben. Wer wirklich Sicherheit und Freiheit, Frieden will, statt immer gigantischere Opfergaben an ein hirntotes Monster, darf sich davon keine Angst mehr machen lassen. Matthias Bröckers veröffentlichte zuletzt Don't Kill the Messenger – Freiheit für Julian Assange im Westend-Verlag. Er bloggt auf bröckers.com. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.ssregion. darnp.at